meine damen meine herren herzlich willkommen zurück bei dem pretty old pixel mein name ist alexander und ich darf euch wieder recht herzlich in shiba city beim spiel neuromancer auf dem amiga begrüßen in der letzten folge haben wir uns schon in das abenteuer gestürzt wir haben schon einiges erlebt so habe ich zum beispiel meine schulden bei rats bezahlt den barkeeper 46 dollar und das war auch gut so denn beim ersten mal hatte ich das ja nicht gemacht und ich bin dann direkt als zech breller verhaftet worden musste dann 500 credits strafe zahlen das ist mir diesmal gott sei dank nicht passiert ich habe dann anschließend das fand haus gefunden von shin bei dem ich mein computer deck verwendet habe das habe ich wieder zurück bekommen das heißt ich habe jetzt die ausrüstung scheinbar die ich benötige um in das cyberspace hinein zu kommen ich war hier im house of pong das war eine ganz witzige begegnung denn bei diesem house of pong handelt es sich um eine art kirche und dort wird ein computerspiel angebetet und zwar das spiel pong und man kann dort tatsächlich anwärter menschen anwärter werden aber man benötigt einen joystick das heißt sie habe ich schon mal meine erste aufgabe wenn ich ein joystick finde muss ich den hier im house of pong abgeben dann war ich bei zwei händlern der eine ist ein hardware händler der andere ein software händler beide sind miteinander verfeindet und beim software händler habe ich herausgefunden dass ich ihm eine dose kaviar bringen muss um ein update für mein computersystem zu bekommen denn wenn wir hier mal reinschauen habe ich bei meinem deck die version 1.0 und durch den kaviar den ich finde und dort abliefer würde ich 2.0 bekommen ja das war alles was wir beim letzten mal geschafft haben und ich schlage vor dass wir jetzt direkt mal weitermachen wir sind hier von links gekommen das heißt wir gehen jetzt rechts weiter und da steht wieder ein sehr witziger roboter move along citizen das sind scheinbar die wachroboter denn von so einem roboter bin ich in der vorletzten folge verhaftet worden mal gucken ob ich hier mit dem reden kann aber nein das funktioniert nicht das geht nicht so ein verfallenes haus aber ich bin hier gerade etwas unachtsam gewesen ich laufe noch mal zurück denn hier unten ist eine tür und da gehen wir doch mal hin das ging etwas schnell aber wenn ich das richtig gesehen habe sind wir in einem restaurant das restaurant matrix es ist ein club und nur für mitglieder und als ich reinkomme sehe ich emperor norton und könig osrig tief in einem gespräch vertieft um sie herum sind kellner die aber respektvoll abstand halten und es gibt hier auch ein pack system und ich fliege direkt raus weil ich ja kein mitglied dieses clubs bin das erklärt vielleicht auch warum hier dieser roboter steht ok also da kommen wir noch nicht rein und ich vermute mal dass wir im laufe des spieles mitglied des clubs werden müssen um dann zutritt zu diesen personen zu bekommen so aber bevor wir weitergehen ist hier noch was lustiges und zwar ist das werbung für battle chess interplay 2057 ich gehe noch mal zurück da können wir das bisschen besser sehen das ist ein bisschen doof gemacht grafisch das kann man gar nicht so gut erkennen also es wird werbung für battle chess gemacht das ist echt witzig das ist ein weiteres interplay spiel gewesen was glaube ich davor oder danach rausgekommen ist so kann ich hier irgendwas machen eine ruine nein gehen wir weiter nach rechts und ich sehe schon ich werde für die nächste folge mir mal eine karte zeichnen müssen sie haben ein hochsicherheitstor erreicht dass ihnen den zugang zum hightech areal von shiver city versperrt der sicherheitscomputer scannt sie und dann werde ich jetzt plötzlich gefragt von diesem computer bei welcher firma ich beschäftigt bin das sehr interessant kann ich irgendwas machen kann ich nicht und ich probiere mal jetzt etwas aus was passiert wenn ich jetzt hier weiter gerade ausgehen gar nichts okay ich kann zumindest kein selbstmord begehen das ist schon mal gut zu wissen ha 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 gut dann gehen wir mal nach links hier komme ich tatsächlich nicht weiter dann gehen wir mal in die straße wo das hotel ist da ist auch wieder der nette wachroboter da gehen wir einfach mal weiter so hier sind wir wieder beim haus auf sprung und den hardware und software händler gehen wir auch mal weiter und hier können wir glaube ich reingehen das haben wir nämlich noch nicht gemacht das sind wir in der letzten folge einfach vorbei gelaufen dann gehen wir mal in den laden rein metro holographic steht auf der scheibe draußen du befindest dich in einer engen schlucht voll zerschlagenen computerschrott im metro holographics als ich hintreffe den besitzer dessen kopf aussieht als ob es in einem windkanal designt worden wäre hey junge brauchst du chips oder software ich habe gerade neue sachen bekommen von diesen brücken und tunnelkindern in jersey ok ja finn ich suche nach neuer software oder ich habe gerade nur vorbeigeschaut ist die zweite antwort möglichkeit oder ich brauche einen scan finn dann kaufe ich möglicherweise etwas na wir schauen mal an was er im angebot hat du willst software dann kriegst du software mhm ein decoder blowtorch drill comlink 1.0 den haben wir ja schon ok hier kann ich was kaufen aber ich habe keine ahnung was was ist deshalb werde ich jetzt noch kein geld verschwenden und jetzt kann ich hier nach sachen fragen ah ich habe eine idee ok ok dann frage ich doch mal nach comlink ah davon weiß er nichts gerade vielleicht kann er uns darüber was sagen ne leider hilft er uns hier nicht weiter schade ok dann gehen wir wieder raus und wir gehen jetzt weiter nach links zurück da ist wieder der fandleier weiter nach links was ist das eigentlich hier hinten da ist noch eine weitere tür oder da waren wir glaube ich auch noch nicht drin hier oh eine attraktive frau namens akiko wartet hier im massage salon auf dich dies ist ein sauberes geschäft mit einem gewachsen holzboden grüß dich cowboy welche dienstleistung kann ich dir denn heute anbieten dann reden wir doch mal mit dir ich kann auswählen zwischen ich bin mir sicher dass mir etwas einfallen wird oder entschuldigen sie mich ich bin hier gerade nur zufällig vorbeigekommen oder ich möchte ein paar informationen kaufen baby und ich glaube ich nehme das dritte du hast dir gerade selber ein paar informationen gekauft cowboy das mädchen erleichtert dich um einen teil deines geldes aber es wird nicht gesagt wie viel ok und jetzt bekommen wir glaube ich zwei wichtige informationen der panther modern link code ist chaos und das passwort ist mainline sie können mir helfen und sie hat noch mehr informationen für mich wenn ich mehr geld habe aufgepasst es ist der law bot der rechts bot aha oh na super ich bin wieder vor gericht dort ist wieder das große gesicht des richters zu sehen und das ist ein computer anwalt ich habe noch nicht ganz verstanden ob es der staatsanwalt ist oder mein verteidiger und mir wird wieder ein verbrechen vorgeworfen ah ok das ist tatsächlich doch mein anwalt der mich verteidigen soll kostet nur 250 credits und zwar im voraus und ich brauche den anwalt sagt der richter ich bin in großen schwierigkeiten ok jetzt kann ich erstmal den anwalt bezahlen oder ich kann sagen ich kann mir den anwalt nicht leisten gib mir bitte eine pause oder eine unterbrechung oder ich brauche keinen anwalt ich kann mich selber verteidigen oder ich kann sagen dies ist ein skandal ich habe keine ahnung wie viel geld wir noch haben das ist jetzt ein bisschen doof dass man hier nicht nachschauen kann wie hoch das vermögen ist das geht hier leider nicht aber ich verzichte auf den anwalt wäre doch gelacht wenn ich das nicht selber hin bekomme oder ok verteidige dich selber es ist deine beerdigung mhm wie plädierst du bürger das ist ein skandal ich habe nichts getan ist die eine antwortmöglichkeit oder ich bin unschuldig oder ich bin schuldig ich unterwerfe mich der gnade des gerichts oder ich bin etwas doof ich bin nicht verantwortlich für meine taten mhm mhm ich bin unschuldig das gericht hat mein pleiodee zur kenntnis genommen aufgrund der schwere meiner tat kann es nur eine strafe geben schuldig ich muss in shiva city bleiben und 500 credits werden von meinem bank account abgezogen ha ha guilty ja super jetzt kann ich hier wieder antworten dies ist ein eklatanter justizirrtum oder ich werde dich dafür bekommen oder es tut mir leid ich habe daraus gelernt und ich werde es nie wieder tun ich nehme das erste ok ich kriege nicht noch eine zusätzliche strafe aufgepumpt das hatte ich nämlich jetzt fast vermutet aber ich darf shiva city nicht verlassen ok hm ok ok Gehen wir mal weiter. Wir gucken jetzt aber erstmal, wie viel Geld wir noch haben. Hm, gar nicht so schlimm. Schaut mal hier. Das ist doch immer noch das Vermögen, was ich dabei hatte, obwohl ich Informationen bezahlt habe und obwohl ich eine Strafe von 500 Credits aufgebrummt bekommen habe. Aber die sind bei meinem Bank Account scheinbar in Abzug gebracht worden und nicht bei dem Bargeld, was ich bei mir habe. Das ist schon mal ganz gut. So, dann gehen wir mal hier wieder zu Microsofts hin. Denn wir haben ja einen Hinweis bekommen, dass diese Gruppe hier, da gehe ich mal kurz hin, die Fenton Moderns mir möglicherweise helfen können. So, sie mögen immer noch nicht mit Bränden gerne arbeiten. Da ist eine Tür. Ah, ne, das hat nicht funktioniert. Entschuldigung, wieder zurück. Tut mir leid. Man kann hier sich nicht frei bewegen im Raum. Ich wollte hier zu der Tür nach links, das geht leider nicht. Okay. So, und hier werde ich jetzt mal die Informationen verwenden, die ich von der netten Dame bekommen habe. Der Link-Code ist Chaos. Vielleicht hilft das ja. Oh, das war nicht schlecht. Sie wissen sicherlich mehr darüber als ich, sagt er. Okay. Ne, das hat leider nichts geholfen. Und das ist jetzt auch die einzige Auswahlmöglichkeit, die ich hier habe. Schade, schade. Okay. Das hat erstmal nicht funktioniert. Wir gehen jetzt nochmal hier in die Bar oder das Massagesalon, gucken, ob wir noch woanders hinkommen. Ne, hier kann man sich nicht frei bewegen. Alles klar. Dann gehen wir mal hier wieder raus. Und dann, Und wie komme ich jetzt wieder nach unten? Das war der Donutladen, oder? Mal schauen, was da jetzt ist. Ja. Der Polizist sitzt dort immer noch und isst immer noch Donuts. Ja. Und irgendwie muss ich noch nach unten kommen. Da. Wunderbar. Also die Steuerung ist nicht sehr gut, das kann ich schon mal sagen. Jetzt gehen wir weiter nach unten. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Denn da war noch was anderes. Schaut mal hier auf der linken Seite. Hier, da gehen wir jetzt mal hin. Und da scheint ein Restaurant zu sein mit dem Namen Gentleman Loser. Und die Luft im Gentleman Loser riecht nach Parfüm und Fast Food. Insekten umkreisen die Leuchten umkreisen die Leuchtreklame. Dies ist der Treffpunkt für Jungspunde und Cowboys, die es noch nicht bis ganz weit nach oben gebracht haben. So interpretiere ich das mal. Und es ist ziemlich ruhig hier. Nur mit einer Kundin, einer Frau mit dem Namen Shiva. Hey Streber, komm her. Ja, ich habe etwas für dich. Okay. Gehen wir doch mal direkt hin, oder? Was immer es ist. Ich hoffe, es ist nicht ansteckend. Auch nett. Oder später. Ich muss mich erst um Geschäfte kümmern. Okay, das sind die beiden Auswahlmöglichkeiten. Na, dann hören wir uns doch mal an, was die Dame uns zu bieten hat. Anonymous war ich hier vorher. Wenn du ein Freund von ihm bist, weißt du, was ich für dich habe. Eine, ja, Social Disease. Eine soziale Krankheit, eine Gesellschaftskrankheit. Oder ist es kleiner als ein Brotkasten. Oder tierisch, pflanzlich oder mineralisch. Oder you must be referring to the... Keine Ahnung. Was nehme ich denn da? Hm, hm, hm. Ich nehme das hier. Es ist sogar kleiner als dein Kopf. Und dein Kopf ist schon ziemlich klein. Hm, hm, hm. Dann nehmen wir mal das hier. Nein, ich habe tatsächlich etwas anderes gemeint. Jetzt hau ab, Wilson. Okay, das hat nicht funktioniert. Und ich bin wieder rausgeschmissen worden. Äh. Okay, wir gucken uns doch mal hier das Packsystem mal wieder an. Sie ist zumindest nicht nachtrankt. Das ist schon mal gut. So, dann gehen wir mal rein. Wir schauen erst mal, was unser Bankkonto macht. Da müssten minus 500 sein. Ne, ich hatte Glück. Ich hatte Glück, dass ich das ganze Geld hier transferiert habe. Sehr gut. Sehr gut. Und die Strafe wird ja auch noch nicht genannt. Oder? Vielleicht gleich? Ne. So. Das hatten wir alles schon. Ja, das hatten wir, glaube ich, alles schon. Wir machen mal hier raus. Schauen wir uns mal die Nachrichten an. Ne, da gab es auch nichts Neues. Okay. Fargo hat auch noch nicht geantwortet. Oder? Nein. Ach, guck mal hier. Guckt mal hier. Das ist interessant. Emperor Norton. Das ist der, den wir gerade in diesem Club gesehen haben. Er schrieb mir eine E-Mail, dass Shiva etwas für mich hat. Shiva im Matrix-Restaurant. Und zwar ein Gäste-Pass. Sehr schön. Und dann kann ich mit Norton reden. Na, dann wissen wir, was wir jetzt machen müssen. Gut, dann machen wir das doch. So. So. Hier. Gäste-Pass. Mal gucken, ob das funktioniert hat. Hm. Das hat nicht funktioniert. Dann probieren wir es doch. Wenn ich das hier auswähle, funktioniert das auch nicht, oder? Suit yourself, Cowboy. Ja. Das hat nicht funktioniert. Wenn ich hier draußen auf Pax drücke, dürfte auch nichts passieren, oder? Ne. Ne. Das funktioniert nur, wenn man tatsächlich in einem Raum ist, wo sich so ein Computer-Terminal befindet. Dann gucken wir noch mal beim Hinweis. Da ist es. So. Emperor Norton schrieb mir, Ich habe gehört, dass du in der Stadt bist und ich dachte, du solltest wissen, dass im Cyberspace etwas Merkwürdiges vor sich geht. Schärfe deine Fähigkeiten und halte deinen Kopf unten. Okay. Wer war Bosch? Erinnerst du dich an deinen alten Freund Anonymous Bosch? Weißt du noch, wie ich mir vor sechs Monaten deinen Kryptologie-Fähigkeiten-Chip, so würde ich das mal übersetzen, und vergessen habe, ihn wieder zurückzugeben? Nun, ich habe es bei Shiva hinterlegt, im Gentleman's Loser, sodass du es dort abholen kannst. Danke noch mal. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Mhm. Und dann kriegen wir hier noch ein paar weitere Informationen von einem Matt Shaw. Da ich schon eine Weile weg bin und ein alter Freund von dir bin, dachte ich mir, ich helfe dir mit ein paar COM-Link-Numbers, damit du anfangen kannst. Benutze sie, sobald du dein Deck wieder zurück hast. Ja, ich habe gehört, dass du es verpfändet hast. Die Link-Codes sind Shippo für Shipp Hotel Rec Fellow for the Regular Fellows Consumerev for Consumer Review Asano Comp für Asano Computing World Chess für die World Chess Confederation Dies sollte dir helfen, bis du dir ein Cyberspace-fähiges Deck leisten kannst. Okay. Nicht schlecht. Was haben wir noch? Ratz Okay, das hatten wir schon. Von Gracie Edo, da war ich wohl CC. Hast du dieses Ono Sendai Samurai 7 schon verkauft? Ich weiß, du wolltest es nur aufbewahren bis gestern, aber ich bin aufgehalten worden. Ich habe gerade meine Milz, meine Leber und mein linkes Auge verkauft, sodass ich genügend Credits habe, um es wieder zurückzukaufen. Ich werde am Nachmittag da sein, um es dann abzuholen. Mal sehen, ob das funktioniert. Und was war Larry, Modern Bob? Okay. Breaker Soft. It's not the Kuang 11, but it will work on the Office Rending Machine. Alles klar, ich habe hier eine Software, die funktioniert scheinbar bei den Office Rending Machines. Alles klar. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal zu der Dame. So, und dann probieren wir mal Bosch. Nein, Bosch hat auch nicht funktioniert. So leicht gebe ich hier nicht auf. So leicht gebe ich nicht auf. Dann probieren wir es mal aus. Ja, you must be Wultilius. I got your ship here for you. Super. I have also Hardware Repair for Sale for $1,000. Sehr schön. Dann haben wir das. Das schauen wir uns mal näher an. Skillship implanted. Sehr schön. Und hier kann ich Wörter dekodieren. Okay. Das funktioniert nicht. Alles klar. Aber ich habe mein erstes Software Paket, meinen ersten Skill gefunden. Das ist auch schon mal super. Was kann ich hier noch machen? Nicht viel, oder? Kann ich noch mit der Dame reden? Norton. Emperor Norton left you a guest pass for the Matrix restaurant. He mumbled something about skills and upgrades. Klasse. Und jetzt haben wir auch den Ausweis, den wir benötigen, um in das Restaurant reinzukommen. Da ist es. Alles klar. Super. Dann war es das. Ja, perfekt. Was interessant ist bei dem Spiel, ist, dass es anders als bei den Lucasfilms nicht darum geht, hier irgendwelche Gegenstände auf dem Bildschirm zu erkennen und aufzunehmen, indem man dann Rätsel lösen kann, kombinieren kann, sondern hier bekommt man die ganzen Gegenstände scheinbar von den Personen. Das ist nicht uninteressant. Und jetzt gehen wir hier weiter runter. Und dann schauen wir mal, was hier links ist. Okay, da kommen wir nicht weiter. Das ist wohl Mars Biolabs. Aber hier rechts ist noch eine Tür, wo wir rein können. Mhm. Du findest Julius Deans Büro in einem Lagerhaus hinter Nen Tsai. Du hast den Eindruck, als ob Julius unter dem Schreibtisch eine Waffe auf dich richtet. Was bringt dich her, Junge? Ich handle mit exotischer Hardware und mit Informationen. Ich schaue mich gerade nur um, ist die eine Möglichkeit. Eine weitere Antwortmöglichkeit ist, meine Freunde erzählen mir, dass jemand versucht, mich zu töten. Haben Sie etwas darüber gehört? Oder ich kann direkt nach jemanden fragen. Na, wir wählen mal das zweite aus. Mal gucken, was da rauskommt. Es ist nicht immer einfach zu wissen, wer deine Freunde sind, nicht wahr? Ich habe nichts darüber gehört. Okay. Vielleicht sind die Leute aus dem Schiebhotel hinter mir her. Ich habe dort eine sehr hohe Rechnung hinterlassen. Na, nehmen wir mal das. Das ist ja nett. Wenn ich etwas hören würde, könnte ich es Ihnen natürlich nicht sagen. Sie verstehen. Das Geschäft ist, wie es ist. Mhm. Okay. Ich glaube, das ist alles, was wir hier machen können. Und ich soll gefälligst in einem anderen Büro abhängen. Er ist ein beschäftigter Mann. Alles klar. Gut. Dann gehen wir mal. Und wir gehen in das Restaurant Matrix. Hier geht es nach rechts. Oh. Eins von Lonnie Zones Mädchen steht hier auf der Straße und lehnt an einer Lampe. Sie mustert dich sorgfältig. Hey, Seemann, neu in der Stadt? Hahaha. Das ist bestimmt eine Falle, oder? Ich bin kein Seemann. Siehst du aus? Ja, ich bin neu hier. Warum? Tisch ab, Schwester. Sohn ist ein enger Freund von mir. Oder Fall tut um. Das ist aber nicht so höflich, oder? Komm. Wir nehmen das hier mal. In your eye meatball. Das würde ich übersetzen, dass ich es mir nur einbilde, dass er ein enger Freund von mir ist. Okay. Und das Mädchen dreht sich um und geht weg. Ich hoffe, dass ich hier keinen Fehler gemacht habe. Das werden wir noch herausfinden. Wir gehen zur Matrix-Bar. Wir gehen zur Matrix-Bar. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich war also unterwegs in Rio, im Heavy-Commerce-Sektor, als ich diesen weißen Würfel sah. Es war eine KI aufgelistet in der Turing-Registry, also im Turing-Register. Ich dachte, ich könnte versuchen, das Eis zu brechen. Ich habe die erste Schicht getroffen, war dann aber flatlined. Ja, platt, irgendwas in der Art. So müsste man das vielleicht übersetzen. Eine Null-Linie, Herzstillstand. Mein Kumpel roch die verbrannte Haut und zog die Throats von mir ab. Das sind wahrscheinlich Verbindungsstücke. Keine Ahnung. Ich weiß, was du meinst. Ich habe selber einmal probiert. Dieses Eis, das sind wirklich schlechte Nachrichten. Möglicherweise wird eine AI-Alt-Bosch. Okay, ist das der Bosch, von dem wir die Nachricht haben? Er war besorgt, als ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe, drüben in Gridpoint. Er dachte, eine KI hätte einen Weg gefunden, sich selber intelligenter zu machen. Kannst du das glauben? Nein. Niemand traut einer KI. Jede KI, die jemals gebaut worden ist, hat eine elektromagnetische Schrotflinte an ihrer Stirn. Turing würde sich sofort auslöschen. Schau mal, wer da hereinspaziert kommt, wenn wir die Tür offen lassen. So, dann gehen wir mal nach links. Ne. Das ist ein bisschen doof. Man kann nicht in jeden Teil des Raumes rein spazieren. Ihr seht, dass das Spiel hier technische Probleme hat. Leider, leider. Dann sprechen wir doch mal hier. Got any old chips you want to sell? Hast du irgendwelche alten Chips, die du verkaufen möchtest, oder? Hey, was weißt du über... Na, nehmen wir mal den ersten Fall hier. Have I got Chips? Klar wie Chips. Ich habe Logic, Software Analysis und Musicianship. Alles für dich. Ich würde dir 1000 Credits pro Software in Rechnung stellen. Okay. Das machen wir lieber noch nicht. Es gibt einige Sachen, die du selber herausfinden musst. Dies ist eins von diesen. Okay. Jo. Was können wir jetzt machen? Ich gehe nochmal in den PAX-Computer. Und wir schauen nach neuen Nachrichten. Aber da ist jetzt nichts mehr gekommen. Die haben wir jetzt, glaube ich, alle uns angeschaut. Wobei hier. Haben wir uns den schon angeschaut? Das ist jetzt eine E-Mail von Tracy Edo an Wakizashi. Und wir erinnern uns, der hat ja seine Milch, seine Leber und sein linkes Auge verkauft, um dieses Samurai 7 zurückzukaufen, was er verpfändet hat. Und ich befürchte, er ist zu spät. Du hättest eine Kaution für den Samurai 7 hinterlegen sollen. Ich habe ihn bereits verkauft. Tut mir leid, dass du all diese Körperteile verkauft hast. Ja, so kann das passieren, ne? Und ich habe hier noch eine Nachricht von Bosch bekommen. Sorry, ich habe dich verpasst im Losers, als du den kryptologischen Chip abgeholt hast. Ich musste meine Bauchspeicheldrüse verkaufen, um etwas Cash zu bekommen. Werde dich nächstes Mal treffen. Möglicherweise at Grid Point. Okay. So. Ich bin jetzt auf der Suche nach Armitrage. Und ich dachte, ich hätte eine persönliche Nachricht von ihm bekommen. Aber scheinbar habe ich mich vertan oder ich habe sie schon wegsortiert gelesen. Keine Ahnung. Dann schauen wir uns nochmal an, ob es neue News gibt. Wir haben ja den 19. Und ja, es gibt ein paar neue News. Und zwar Timothy Leary, 138 Jahre alt. Und scheinbar hat er gestern in Schieber Stadium einen Vortrag gehalten über das Geheimnis seines langen Lebens. Stelle Autoritäten in Frage und sag einfach Nein Danke zu Drogen. Und wir erfahren hier, dass Julius Dean, den wir ja vorhin besucht haben, wohl scheinbar auch 138 dieses Jahr wird. Und dann nimmt Larry eine jährliche Pilgerreise nach Tokio, bei denen Ärzte scheinbar sein DNA resetten und so seine Jugend erhalten. Darüber hinaus sagt er, dass er sehr viel Zeit im Cyberspace verbringt. Dabei streichen die Elektronen sein Gehirn. In seinen Schlussbemerkungen sagte Larry, jeder muss lernen, an sich selber zu denken. Das hört sich nicht so gut an. Zerstückelte Hand in Straylight gefunden. Ein Sprecher von Tessie Ashpult teilte heute mit, dass eine verbrannte menschliche Hand auf einem Cyberspace Deck gefunden worden ist. Und zwar bei der Villa Straylight auf der Freeside Orbital Colony. Die Behörden waren bisher nicht in der Lage, den Körper zu lokalisieren, der zu der Hand gehört. Obgleich sie einen schwarzen, fettigen Fleck auf dem Boden in der Nähe des Cyberspace Decks gefunden haben. Es wird vermutet, dass die Hand zu einem Cyberspace Cowboy gehörte, der illegalerweise in die Straylight Cyberspace Jack eingedrungen war. So, dann schauen wir uns noch die letzte Nachricht an. Unruhen in Shivas Stadium. Nach dem Vortrag von Tim Leary kam es zu Ausschreitungen, weil sich plötzlich Menschen entschieden haben, an sich selber zu denken. Ja, nicht schlecht. Das kann alles passieren nach so einem Vortrag. Dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Und wir verlassen auch das Matrix. Wir wissen, dass wir hier zumindest auch wieder etwas kaufen können. Und wir werden hier wieder höflich gebeten, weiterzugehen. Ja, meine Damen, meine Herren, das soll es auch heute wieder gewesen sein. Wir haben wieder einiges herausgefunden, aber wir haben es immer noch nicht geschafft, in das Cyberspace zu kommen. Das hat leider bisher noch nicht funktioniert. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass es uns noch gelingen wird. Ich darf mich recht herzlich dafür bedanken, dass ihr eingeschaltet habt bei den Pretty Old Pixeln. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge hineinschalten würdet oder in weiteren Folgen auf unserem YouTube-Channel bei den Pretty Old Pixel. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.